In diesem Video wollen wir euch mit in Gottes Wort nehmen und euch ein Werkzeug zeigen, das wir den Gemeindekreis nennen. Wir wollen wissen, was die gesunden Elemente sind, die wir einschließen sollten, wenn wir in unseren Gemeinschaften zu Hause oder in Videokonferenzen zusammenkommen. Wir finden eine Antwort darauf in der Apostelgeschichte Kapitel 2. Vor Vers 36 verkündet Petrus einer großen Menschenmenge das Evangelium und Jesus Triumph am Kreuz. Daraufhin fragen sie ihn, was sollen wir tun? Er antwortet in Vers 36. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, hat Gott sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht. In Vers 38 fährt er fort. Tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi, zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Nun gehen wir ein Stück weiter zu Vers 42. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Das heißt, die Lehre, die heute in der Bibel zusammengefasst ist. Und in der Gemeinschaft. Und im Brotbrechen. Das bedeutet, sie feierten gemeinsam das Abendmahl. In Vers 43 lesen wir, dass Furcht über alle Seelen kam und viele Wunder und Zeichen durch die Apostel geschahen. Ihre Taten hatten also große Auswirkungen auf die Leben der Menschen um sie herum. Und sie wurden bekannt dafür, was Gott durch sie geschehen ließ. Weiter in Vers 44 und 45 steht. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und zuletzt in Vers 47 lesen wir, dass sie Gott lobten und beim ganzen Volk angesehen waren. Und der Herr tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Hier könnt ihr sehen, dass Gott sie benutzte, um Menschen um sie herum zu erreichen. In diesem einfachen Bibelstudium können wir uns abschauen, was wir selbst praktizieren können und sollen, wenn wir mit unseren Brüdern und Schwestern zusammenkommen. Wenn ihr genauer hinschaut, könnt ihr erkennen, dass diese erste Zeile all das beinhaltet, was wir tun müssen, um Teil der Gemeinde Jesu Christi zu sein. Sie geben ihr Leben Jesus, sie tun Buße, werden getauft und empfangen den Heiligen Geist. In der zweiten Zeile sind die Dinge, die wir tun, wenn wir als Gemeinschaft zusammenkommen. Wir lesen gemeinsam in der Bibel, wir haben liebende Gemeinschaft, wir feiern das Abendmahl und wir beten gemeinsam. Während die dritte Zeile zeigt, was dadurch um uns und durch uns geschieht. Unser Leben hat Auswirkungen auf unsere Freunde und Verwandte. Wir nutzen unsere Finanzen, um andere zu segnen und ihnen zu helfen. Wir preisen Gott und danken ihm voll Freude dafür, was er durch uns tut. Und wir lassen uns von Gott bewusst dazu gebrauchen, Menschen das Evangelium zu verkünden. Und all das könnt ihr nachlesen in Apostelgeschichte 2, Vers 36 bis 47. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020